Euer Belair, schön, dass ihr einschaltet. Ja, heute nur ein kleines Announcement, mal wieder, nämlich zum 1K-Tournament. Kürzlich ist es passiert, 1000 Follower sind auf meinem Twitch-Channel eingegangen, beziehungsweise, ja, unterstützen mich insofern. Und da kam halt die Frage, auf was machen wir? Gekommen sind wir auf ein Turnier, das für mich nicht ganz einfach wird, da ich das casten werde. Es wird leider keinen Preis geben, weil ich möchte halt, dass das for fun ist. Ja, es ist so ein bisschen Drunken Master Style. Das Turnier läuft ganz normal, jeder darf mitspielen. Wir werden relativ früh mit den BO3-Runden anfangen, aber nach jeder Grid-Runde, ihr seht es hier schon, muss ich aus so einem Top of Doom, wo ganz viele Zettelchen drin sind, wo verschiedene Sachen draufstehen, was rausziehen. Und ja, also das ist nur eine Sache, die mich ereilen kann, nämlich die leicht alkoholisierten Getränke hier hinten, die ich danach in mich hineinschütten werde. Das Turnier soll stattfinden am 16.10., das heißt, der nächste Sonntag, das ist der Termin, 20 Uhr, also quasi direkt am Anschluss an den Go4, das wird für mich also definitiv kein einfacher Tag. Wie gesagt, mitspielen kann jeder und zwischendurch gibt es dann auch die eine oder andere Aktion, wenn ich halt wieder irgendeinen Fehler mache, irgendwas falsch predikte, weil ich werde vor jedem Spiel zum Beispiel eine Prediction abgeben, okay, wer gewinnt das? Liege ich falsch, muss ich einen trinken. Irgendwie einfach, oder? Shadow Mate kommt noch vorbei, der Pete vielleicht auch und die werden mich hier zu Hause unterstützen, weil trinken unter Aufsicht ist wesentlich angenehmer. Und ich denke mal, das wird ein ziemlich bunter Abend, Freunde, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn auch dementsprechend Leute mitmachen, dass das Turnier halt voll wird, weil je mehr Leute mitmachen, desto mehr Gridrunden gibt es, desto mehr, ihr versteht das System, glaube ich. Vor allen Dingen wichtig, ich darf mir nachher nicht aussuchen, von denen, welchen von denen ich trinke, weil die kommen alle in den Beutel und dann habe ich die Brille auf, dann muss ich ziehen. Ja, ich hoffe, sonst habt ihr ein bisschen Spaß. Am Dienstag jetzt werde ich das Go4SackWars 2-Mantle-Final auch mitcasten. Go4 heute sowieso. Also merkt euch, den 16.10.20 Uhr geht's da los. Das Tournament findet ihr entweder über den Link, den ich euch unten mit reingeknallt habe, oder über, ja, wenn ihr einfach 1K-Tournament bei Challenge eingebt, dann kommt ihr da automatisch drauf, könnt euch anmelden, seid geile Jungs. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Ciao.